So, hier haben wir Micha und Svenne, Vorbereitung einer Fläche, schönes Teil, so geil, 56 Spannweite und der Micha wird uns jetzt mal zeigen, wie das fliegt oder auch nicht. Micha, alles gut? Du schaffst das, gib alles. Ja, jetzt hast du den guten Propeller, Janne, Berni, oder? Jonas, bleibst du bei René? Doch, bleib mal bei René, jetzt der Flugzeug gehebt ist der ab. So, erste Einstellungsarbeiten noch am Modell, gucken, check. Checkliste abgearbeitetet, Svenne? Checkliste durchgegangen? Ja, aber wir müssen bald landen. Aber wir haben ja ein Starthilfegerät da. Ich hoffe, ihr habt Motorenöl drauf. Ja, heute treffen sich die Modellflieger wieder mal. Es ist schönes Wetter, es ist windstill. Ich selber habe natürlich wieder mal nichts mit, was mich tierisch ehrt, aber wir haben genug Modellausweis hier. Ich kann euch das mal zeigen. Die Benen brauchen hier noch eine Weile. Wir haben da ein Rex 500 da, wir haben ein Logo, wir haben ein Goblin. So, jetzt geht's mit mir ab, Leute, wenn wir abheben. Attraktion, attenzione! Hey, Bernd, du bist mir aber nicht böse, wenn irgendwas passiert. So, ihr müsstest ja schon zweimal runtergefallen. Mach ruhig. Nein, das ist sowas. Aber die Propeller haben wir nicht bejagt. So, und jetzt wird gestartet. Micha macht sie los. Und dann hebt sie ab. Guckt euch das an. Ganz souverän. So ruhig gleiten lassen. Schön. Die hat eine schöne Größe. Der ist wie meiner. Der fährt und dann fliegt er auch. Der ist wie meiner. Vor allem auch mit wenig Drehzahl, wa? Ja, wenn du immer wieder gleitest. Alter, bin ich so besoffen, dass ich es schon einmal drei kriege? Oder ist die so klinig geworden? Ich bin mit allem rum und dran. Aber ich habe das nicht wirklich. Du? Und? 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 Ja. Ja, die Kamera kackt ein bisschen ab hier. Wie gesagt, wenig Drehzahl. Gleitet sie durchdurcht. Ja, so fliegst du, wa? Das wollen wir nachher von dir sehen. Na, ekel nicht. Na, sag mal. Das ist übrigens, ich muss euch das mal zeigen, das ist der Bernd. Dem gehört dieses wunderschöne Flugzeug. Oh, die schwebt geil, oder? Ja, die ist fast ein Motorsegler. Müsste fast dazu sagen. So ein Motorsegler habe ich auch noch im Auto. Hat sie jetzt voll erwischt, Bernd, ja? Daddy, komm mal. Nö, dann kommt das ja schon seit Wohin, ja alles. Aber ich bin ja ein paar Mal abgeschossen. Ich hab gesagt, jetzt gucke ich erstmal eine Drohne. Dann übe ich erstmal mit der Drohne die Steuern nicht richtig. Ja, ist auch nicht verkehrt. Ja, ja. Erstmal muss das richtig alles funktionieren. Vertrauen haben auch dazu. Genau. Unser Ralf, wie immer, am Futtern. Ja, genau. Noch ein bisschen Speck auf die Rippen kriegen, weil der Winter kommt. Der muss ruhiger werden, aber da hilft nur Bier. Nur Bier. Nur Bier. Oder einen Schnaps. Rainer auch am Essen, ja alles so, ja. Unser Sunny. Alle von der Partie hier. Und das ist der Nachwuchs hier, der übt noch mit dem Auto. Herr, das ist der. Nachwuchs hier. Das war's. Geil, war's. Waren Sie die, die sind für sich viel leiser? War's. Der blöcher Weg. Sieht geil aus Rene, wa? Ja. Ja. Das ist der. Der BMW-Händer in Berlin. Ja. Das war's. Nein. Hab man sein Auto gefahren? Okay, darfst du. Ja. Das war's. Ich war auch raus. Wir haben den Ehemann. Das ist alles besser. Sie haben 25 Jahre überlebt. So, da stehen sie alle, wie die Hühner auf der Stange. Guckt euch das mal an, ich zeig euch das nochmal von vorne. Übrigens, das ist die Fressbar hier, Snackbar. Das sind die faulen Piloten, die sitzen nur am Tisch. Jetzt habe ich es nicht drauf, einmal nochmal. Ich war gerade an die Snackbar. Das ist so weit weg, Mensch. Das sieht doch keiner. Das mache ich ja schon. Jawoll, schick. Hast du jetzt drauf? Ja. Bist du sicher? Ja. Ja. Ich muss ja auch mal die Hühner auf der Stange hier mit drauf haben, ey. Wie sie alle dastehen. Wenn wir jetzt noch eine perfekte Landung sehen, kann ich das Video beenden. Wie du sündigst. Ey, MacGyver, was ist denn überhaupt los, ey? Warten. Wo wir denn? Na, ich hab wirklich gedacht aus dem Foto, das ist ein Bild aus der Serie MacGyver. Das sieht aber genauso aus. Das ist kein Witz der Typ. Wie merkt der Eimer ab? Oh, schöner Lande. Nervig. Na doch. Steht noch. Super Applaus. Der ist auch noch sehr weit reingesägt. Ist wieder heil gelandet. Flug beendet. Alle freuen sich. Ich hab noch Motorsegel. Ich hab noch Motorsegel.